Feuergatt, ich finde das bigott. Findest du mein Vater bigott? Und jämmerlich. Diese Leute sind jämmerliche Karikaturen. Er ist einer der Publikumslieblinge in den Münchner Kammerspielen. Stefan Merki, hier in Jeeps, einer Uraufführung der Münchner Autorin und Regisseurin Nora Abdel-Maksud. Eine rabenschwarze Komödie mit einem brisanten Thema. Im Jobcenter ist die Hölle los. Und Stefan Merki spielt? Armin. Er ist Armin und er ist der gefühlte Chef des Jobcenters. Er hat ein bewegtes Leben hinter sich. Er war mal sehr ein Kümmerer. Er hat sich sehr bemüht um Leute und ist dann irgendwann verzweifelt. Er hat wirklich sein eigenes Geld weggegeben. Aber das erfährt man erst später, das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Aber er ist jetzt quasi ein harter Hund geworden im Jobcenter. Aber nicht ganz so hart wie sein Kollege. Heute verdient er 3.212 Euro brutto im Monat. Ich verdiene 4.602 Euro zusätzlich Weihnachtsgeld und zweimal Funktionsstufe 2. Jeeps ist eine bitterböse Satire mit viel Tiefgang und hohem Unterhaltungswert. Der Start des Stücks ist, dass eine Erbrechtsreform stattgefunden hat und das quasi nicht mehr an deine normalen Erben weitergegeben wird, sondern dass das Erbe freigegeben wird und dann verlost wird. Also jeder Mensch kann ein Los beantragen und kriegt eins und hat dann entweder Glück oder nicht. Es kommen Leute, die eigentlich was geerbt hätten, dann aber eben nichts kriegen. Die sind jetzt auch auf dem Jobcenter. Und es sind natürlich die Hartz-IV-Empfänger, sind Langzeit, hier ein Hartz-IV-Schamane. Das sind Langzeitempfänger. Ist das halt? Das ist Musiker sowieso nicht so einfach. Hey! Bereits mit 17 Jahren vollendete sie ihren ersten Groschen-Roman. Seit 2001 ist Stefan Mercki festes Ensemble-Mitglied in den Münchner Kammerspielen. Hier fühlt sich der gebürtige Schweizer so richtig zu Hause. Weil ich es hier nach wie vor unglaublich interessant finde und weil die Arbeiten toll sind und weil die Kollegen sich ändern. Das ist wirklich lustig. Ich bin quasi geblieben, aber es kommen immer neue Leute dazu. Und ganz aufregende Sachen passieren, finde ich. Also ich habe auch natürlich in den 20 Jahren mal überlegt, sollte ich nochmal woanders hingehen und so. Und habe aber immer geguckt, wohin zieht es mich und es hat mich immer hierher gezogen. Zu sehen ist Stefan Mercki wieder am 2. Januar in Jeeps und ab 28. Januar in Aschini-Laich mit Gerhard Polt und den Wellbrüdern. Lauch!